Tja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 1. Soviel zum Thema, zum Glück habe ich nicht gespeichert, ich habe natürlich gespeichert. Und ich habe verkackt. Ich bin zu weit weg, die Leiche des Steingolems ist verschwunden und ja. Jetzt kann ich dem Typen kein Beweis mehr geben, dass ich den Steingolem besiegt habe. Ja, also bleibt mir eigentlich nur übrig, ihn zu töten oder einfach. Ja, ja, ist hier in Ordnung. Ja, 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 ja. Diese Geräusche. Wir sind hier nochmal hoch zu zart. Ach man, ich habe verkackt ohne Witz, ne? Nein, er ist unsterblich. Genial. Ja, ist toll. Mein Gott, nur wegen meiner Blümtheit. Scheiss, Dreck. Wieso ist denn die Leiter nicht da? Man, hier ist doch noch mal ein Aufgang. Okay, genial. Tja. Dann werde ich mich mal zurück zu den Wassermagiern teleportieren. Ach, nicht genug Mana. Genial. Ja, was bleibt mir anderes großartig übrig, ne? Ich werde mich zurück zu den Wassermagiern teleportieren. Mir ein paar Spruchrollen holen mit Eis oder Blitz, um den Scheiss-Feuer-Golem zu vernichten. Dann werde ich sehen, ob das ausreicht. Wenn es nicht ausreicht, wovon ich ausgehe, bleibt mir wohl noch als einziges übrig, mir das Scheiss-Herz eines Steingolems zu erschieten. Ich weiß, das ist billig und scheiße, aber eigentlich habe ich den Scheiss-Steingolem besiegt. Das Problem ist nur, ich habe nicht nachgeschaut neben den Herzen, ne? Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Schön für dich. Gib mir mal. Fick dich. Ich möchte. Sag mal, das ist doch irgendwas toll. Ich kann ja mal einen Mausrat scrollen. Toll. Ja, Eiswelle wird mir nicht so viel... Achso, hier sind ja schon die... Eispfeil, ja, das werde ich wohl... Was macht der denn hier immer? Ja, obwohl Eiswelle... kaufe ich mir mal sieben Stück. Eisblock bringt mir eh nicht. Zeilung... Kugelblitz nehme ich ein paar mit. Kugelblitz nehme ich ein paar mit. Eispfeil nehme ich ein paar mit. Ja, das kann schon sein. Hast du noch irgendwas anderes mit? Blitz... Ja, Blitz. Ja, das ist jetzt so die einzige Möglichkeit. Glaubt mir... Auch wenn ihr... Warte mal... Wenn ihr mir das vielleicht nicht glauben wollt, aber... Es tut mir schon irgendwie leid, dass ich jetzt... Ich sag mal, so krass cheaten muss, dass ich weiterkomme. Aber anders geht's leider nicht. Höchstwahrscheinlich. Kann ich da mal vorbei? Die Schnauze. Ich wollte da gar nicht auf die Karte gucken. Ach man. Ach man, ach man, ach man, ach man. Meine eigene Dummheit tut schon weh. Scheiße, ich ärgere mich grad total. Erst verkacke ich die alte, äh die neue... Mann, diese... Die freie Mine. Da die Quest zu machen. Und dann verkacke ich eigentlich die Haupt-Quest. Ich mein... WTF, Mann. Ah... Scheißdreck. So, wen könnte man selber teleportieren? Ah ja, erstmal Feuersturm ausmachen. Und Blitz an. Mein Gott. Pyrokinese. Können wir auch mal im Arsch lecken. Äh... Eiswille? Ne. Wo sind das hier? Kugelblitz. Na, statt die Sturmfaust nehmen wir mal den Eispfeil. Und statt Schlaf nehmen wir... Äh... Was war denn das, was ich noch geholt hab? Genau, Blitz. Also hab ich ja schon. Ähm... Was hab ich noch geholt? Eisblock, Eiswille. Das war's eigentlich, ne? Nimm mal die Eiswelle auch noch mit. Auf jeden Fall der Völle. Geil, ey. Geil. 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 Ich hasse meine Dummheit. Äh... So. Dann geht's auf. Zug. Zagdas. Ich glaub vom neuen Lager aus müsste ich einfacher herankommen. Kann mich aber auch irren. Bin ja sowieso irre. Ja, tut mir leid, das haut mich auch grad so ein bisschen stimmungsmäßig nieder. Dass ich das jetzt hier echt ohne zu cheaten sag ich jetzt mal. Weil das ist ja eigentlich cheaten. Ähm... Nicht durchspielen kann. Also so krass zu cheaten. Weil das ist ja eigentlich schon irgendwie... Ne? So ein bisschen... Härteres zu cheaten. Aber mein Gott. Ich hab ihn besiegt. Ich hab halt nur vergessen nachzugucken. Ach scheiß Leiche. Ich hab das total vergessen. Dass man als Beweis die hässlichen, ähm... Viecher noch ausnehmen muss. Ich dachte halt, äh... Ich, dass man dann so hoch geht. Hey, du hast meine... Viecher getötet. Du musst dich... Du musst würdig sein. Ich wollte dich schon die ganze Zeit tun. Bis Geburt. So. Halt die Fresse. Jetzt mal wieder ein Drang lutschen. Okay. Das ist eigentlich schon interessant, ne? Wenn man nicht damit rechnet, dass man das machen muss. Ich mein, ich hätte das wissen müssen, ne? Aber wenn man damit nicht rechnet, dass dann eigentlich so theoretisch das ganze Spiel am Arsch ist. Weil man halt einfach nicht, äh... Sind die respawned? Ne, okay. Weil man dann halt einfach nicht die Scheiße hat, ne? Es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ein bisschen krass. Finde ich. Und wahrscheinlich denken andere Leute mehr nach als ich, aber naja, gut. Verfolgt mich irgendwas? Ich hab immer Schiss, wenn ich an solchen, ähm, Gegenden einfach vorbei renne, ne? Dass mich dann trotzdem irgendwas verfolgt. Auch wenn eigentlich alles tot sein müsste. Man weiß nie, man weiß nie. Ach, Hallöchen. Ja, nimm einfach die Zauber. Wo geb ich denn? Klasse. Na, klasse. Da komm ich doch niemals durch. Obwohl, warte mal, ich hab Kugelblitz. Eiswelle, Kugelblitz. Das trifft dann, glaub ich, alle in der Nähe. Oder auch nicht. Na gut, war doch keine schlechte Wahrheit, dass ich Eiswelle gekauft hab. Auch wenn es mir vermutlich gegen das Vieh nichts bringt, aber hey, ich hab ein paar Ochs getötet. Ja, das kann man schon als Sieg betrachten. Ich kann mich ja auf die Scheiße einzusammeln, weil die sind eh wehlos. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht direkt in deren Siedlung rein. Natürlich gibt's da noch mehr von denen. Wo ist denn dieser blöde Tor? Ähm, das da hinten ist die freie Mine. Ich glaube, ich muss da rechts. Vielleicht doch nicht. Darf ich kurz hochfliegen und mich umgucken? Oh, man. Dieser scheiß Regen stört doch gar nicht beim Orientieren. Huch. Was war das denn? Na, nee, hier ist die Siedlung der Ochs. Okay, dann bin ich, glaube ich, meine ich könnte sein. Richtig. Ich speichere mal vorsichtshalber. Na, man weiß ja nie, wie dumm ich noch werde. Und darum, Kinder, speichert man immer mal auf den zweiten Slot. Abwechselnd. Tja, jetzt bin ich schlauer. So, guck. Treffe ich euch wenigstens. Oh, cool. Sogar ordentlich schauen. Der macht mir jetzt auch mal nicht schauen. Aua, aua. Sonst noch jemand? Ach nein, die bringen wir auch noch. Ja. Lachen Schatten. Lass mal alles auffressen hier. Oh, der Regen lässt nach. Wie scheiße. Äh, wie schön. Ach. Wie scheiße. Wie schön. Was denn du immer glaubt im Leben? Na, komm mal her. Kleines Vieh. Irgendwie, ich weiß nicht. Auch wenn die Armbrust natürlich mehr Schaden macht. Irgendwie möchte ich beim Bogen bleiben. Jawohl. Dann könnte ich jetzt theoretisch den ersten Kreis der Magie lernen. Oh, komm halt her. Nerv nicht noch stundenlang. Ich bin sowieso schon angepisst genug. Du musst jetzt nicht noch dein übriges tun. Ach ja, danke. Bitte stirb. Bitte. Danke. Mein Gott. Ist das nervig. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass die so krass abgeblockt haben. Aber das habe ich schon 20 mal erzählt. So, noch mehr lustige Orgs. Ich komme hier glaub ich gar nicht hin. Doch. Nee. Das ist ein anderer Turm. Ich muss mich wahrscheinlich erstmal durch 10.000 Orgs durchmetzeln. Bis ich dann wahrscheinlich zum Turm komme. Ach geil. Und da hinten kann ich jetzt auch nicht hin, weil da Templer sind. Äh, egal. Das ist ein Templer. Schön wär's. Äh. Ach, sehen wir's mal so. Ich müsste hier sowieso irgendwann hin. Na ja. Warum nicht jetzt? Jetzt habe ich irgendwie... Fick dich, du hässliches Vogelfiech. Kugelblitzer. Hm, Beißer sind auch noch da. Eispfeil brauche ich noch. Blitz... Ah, Blitz ist gut. Aber für Blitz muss ich relativ nah ran. Sag dich ernsthaft, Blitz ist gut. Entschuldigt bitte. Blitz ist eigentlich gut, wenn man nicht so dumm ist wie ich. Ja, fick dich auch. Ja. Ich glaube die verfolgen mich nicht mehr, oder? Nein. Ja, Blitz ist eigentlich gut, weil der Blitz auch auf andere übergehen kann. Und selbstverständlich auch auf mich selbst. Und er ist despaunt. Genial. Schönen Dank, du Arsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt echt irgendwie frustriert, dass das alles nicht... klappt. Ich stirb doch nicht, doch doch, okay. Ich stirb doch nicht. Ich stirb doch nicht, doch doch... Ja, ööööö, ich bin meine eigene Mutter. Wie der schon wieder den Bogen hält, wie so Minen hat er. Scheiße, natürlich kommt seine Mutter hinterher. Ja, ja. Leer mal alleine zu kämpfen. Verfolge mich noch. Ja, ja, die Friseur. Ja, Halt's Maul. Verfolge mich noch. Ja, verfolge mich noch. Ist gut, verpiss dich jetzt endlich. Und der verfolgt mich immer noch. Komm, fick dich einfach. Wenn ich sterbe, sterbe ich auch. Gott, war das knapp, Alter. Knapper als es mir lieb ist. Knapper als die Lederjeans deiner Mutter. Das waren doch bestimmt nicht die letzten. Da muss ich bestimmt noch mehr kämpfen, um zum scheiß Turm zu gelangen. Siehst du, da wäre ich mal vom Sektenlager ausgegangen. Da wäre ich schon 20 Mal da. Aber nein, ich weiß es besser. Aber lasst uns doch vom neuen Lager ausgehen. Das ist doch bestimmt viel kürzer. Ja, aber sowas von. Siehst du nicht, wie kurz es ist. Jetzt sind nur die scheiß Beißer da hinten. Da kommen wahrscheinlich auch gleich welche. Geh mal her, ihr Kackviecher. Jawohl. Na, macht doch ordentlich Schaden. Nice. Ja, flieg halt wieder einfach. Oh, tschüss. Flieg mit mir zu den Sternen. In den Turm würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal rein, aber... Natürlich sind da noch mehr Beißer. Was ist da? Niemand. Oh, komm. Oh, nice. Kritischer Treffer. Ach, guck mal, da hinten ist der Wasserfall. Das ist ein gutes Zeichen. Glaube ich. Strom halt die Fresse. Löst mich nicht weiter. Ne, da ist absolutes Orggebiet. Ja, dem interessiert es eigentlich, ne? Was ist das? Org-Hunde? Noch besser. Geil. Scheiße, scheiße, scheiße. Na los, kommt hierher. Kommt. Ich hab' ne Eiswelle. Na gut, einzeln könnt ihr natürlich auch gerne kommen. Einzeln solltet ihr theoretisch kein Problem darstellen. Na, wenn sie halt in der Masse kommen, wird's schwul. Na gut, wenn sie vor allem einzeln... Hä, ich geh' lieber auf Eiswelle, man weiß nicht. Ich glaub, jetzt kann ich nicht mehr eintriggern. Und wenn, dann kommt da wahrscheinlich gleich der scheiß Köter. Wobei, vielleicht kann ich erst die Köter triggern und dann mich... äh, und dann mich. Und dann die Orks sind natürlich auch was lustiges. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nicht umsonst Ork-Hund heißen. Nein, sie heißen nicht umsonst Ork-Hund. Und sie heißen nicht so, weil sie nervig sind. Und tschüss. Jetzt, ne Eiswelle wär zwar nicht schlecht, aber wahrscheinlich auch ein bisschen dämlich. Weil, bis ich die ausgesprochen hab, glitsch' ich in einer Baum fest. Ich bin nicht mehr da. Ich verfolge mich die Orks noch. Nö, okay. Gut, haben wir doch noch gewonnen. Hey, ja komm, hör auf die Scheiße zu fressen. Wir haben Tränke mehr als genug. So, ich hätte doch noch was gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Au, meine Hand. Ah, fick mich. Wollt gerade vom Mausbrett, äh, vom Mausbrett, vom, vom, von den Steuerpfeilen aus rüber zur siebenten, irgendwie, war das nicht so praktisch. Na gut, dann kommt mal her. Einzel nur dazu zehnt. Du bevorzugst einzeln, ich auch. Ha. Ha. Nein. Ha. Na? Was los? Einzel wieder. Langsam mag ich mich auch. Ich hätte es nicht sagen sollen, ich weiß. Ich hab nur noch ein halbes Leben. Ha. 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 Jetzt mag ich nicht wieder an dem Baum vorbei. Ha. 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 Verfugt mich noch. Vielleicht soll ich doch die Nahkampfer voraussehen. Ich glaub, sie verfugen mich nicht mehr. Hopp. Hopp. Kommt mal hier, du Wichser. Oh, schieß ich noch, guck mal. Ist ja traurig, oder? Oh, jetzt treff ich auch noch. Doof, ne? Ach, wie schade. Wir hätten so gute Freunde werden können. Tja. Du hast halt nicht auf meine liebes E-Mails geantwortet. So, den einen Kollegen noch. Dann haben wir erstmal wieder... Unser Tag ist Benzimmer schafft. Ach, geschafft. Ja, schafft vor allen Dingen. Dann können wir hoffentlich, hoffentlich, toi toi toi, zu Xardas zurück. Oh, Gott, oh, Gott. Ja, und dann werde ich höchstwahrscheinlich... ...cheaten müssen. Wie gesagt, das tut mir selber leid. So, mal ganz kurz, sich aus so einer... ...verpackten Situation zu... ...cheaten, oder einfach... ...sich hoch zu... ...cheaten. Wo man eigentlich sowieso hoch sollte. Fand ich jetzt nicht so krass, wie... ...sich gleich so... ...ganze Items zu... ...cheaten, ne? Hoffentlich geht das überhaupt, was ich vorhabe. Oh, ja, krepier doch bitte einfach. Glaubst du, irgendjemand vermisst dich, Mann? Deine Herrscher sind eh schon alle tot. Natürlich steht da hinten noch einer. Aber da ist Xardas Turm. Gut, wir rennen einfach durch. Wir sehen uns im nächsten Part von Gothic 1 wieder. So, und tschüss.